So Leute, also es ist jetzt ungefähr 16 Uhr, wir sind jetzt endlich mal alle aufgestanden, der ist auch gerade jetzt aufgewacht. Wir holen jetzt Amar ab und dann fahren wir in die City, gehen ein bisschen shoppen, ein bisschen was essen und so. Wird geil, bis gleich. So Freunde, wir sind jetzt beim Bapiano. So Freunde, wir essen jetzt eine Pinsa. Ich hab gestern McDonalds zwei Burger gegessen, war ein riesig und das war's. Bei dem war ich nichts mehr gegessen. Das wollten wir auch nichts gegessen. No, du isst so komisch und dann bist du wieder... Aber warte, er könnte fünfmal KFC, einmal Gym, aber es ist gesund. No, du gehst dreimal am Tag Subway, dann KFC abends, dann McDonalds und dann einen Tag einfach gar nichts essen. Aber solange er im Gym war, passt der. Ja, ja, der passt so wirklich. Aber ich war nicht Gym, deswegen, ich ess nichts. Ich hab ne Starving-Stretch. Starving-Stretch? Mach Papialaugen auf deinen Tiramisu, oder was? Digga, guck mal, ich hab genau so gemacht. Spielt da mit, Digga, ich guck's mir an, guck mal. Ich mach so, ich mach so die ganze Zeit. Und dann ist das aus Versehen in seinen Mund gekommen. Aus Versehen. So, Freunde, nach dem Papiano gönnen wir uns einen kleinen Glühwein hier. Natürlich mit Alkohol. Hier beim Riesenrad genießen ein bisschen die Vibes hier. Ama ist auch hier. Emsi. Oh, Emsi haut sich hier denn. Wir hauen uns hier einen kleinen Glühwein und genießen entspannt den Abend. Wir haben uns hier jetzt gerade richtig süß hier eine Gondel zu dritt geholt. Was ist süß? Das ist echt voll süß. Schau mal die Aussicht, die haben voll süß. Könnt ihr euch jetzt küssen im Riesenrad? Mach jetzt! Ja, 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 okay. Das ist schon High-Gon oder so? Ja, Second High. Das ist ja so das Second High, Bro. Aber wenn wir jetzt Palanties cracken, dann sind wir oben. Ja, wir sind draußen, wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Dankeschön, danke, danke. Die sind die Beste, 1 bis 10 in 10. Oh mein Gott, Digga. Und, war's romantisch? Ich hab so Angst in der ersten Runde. Gar nicht drauf, Digga. Schlechtstens 8 Euro investieren. Digga, High-Ground war crazy, aber da oben. Ja, High-Ground? High-Ground war crazy. Das wusste ich bei dir entschuldigen, wo ich hab aber jetzt auch Höhenangst. Digga, todernst. Ich hab mich so angeschissen in der ersten Runde. Digga, allein schon bei Second High da oben war crazy, aber High-Ground war crazy. Ja, und dann bleiben die stehen und dann wackeln die, Digga. Ja, das ist crazy. So, war jetzt Subway noch mal gelandet. Der lernt hier für seinen Führerschein. Wie läuft's mit dem Führerschein? Ich hab ein paar Stunden fertig. Okay. Theorie nicht angefangen. Gut. Ich muss auch Pflichtstunden machen, das heißt, ich muss noch 14 mal dahin. Ah, gut. Das heißt, ich kann meine Prüfung erst so in 12 und 3 mal da in 11 Wochen machen. Das ist dieses Park-Ticket. Ih, die schmecken gar nicht. Ja, dann tut's mir leid. Das Park-Ticket? Aber es ist gut, wenn man auf sie... Ich baue gleich mit Absicht nen Unfall. Das ist mir so schlecht! Nein! Warte, was ist? Ja, ein Autounfall. Ein Autounfall? Ja. Wir sind gerade hier im Chat. Ja, und Luca und Melli schicken mir einfach... Sie rufen mich an, wollten gerade herkommen. Auf einmal deren Arsch macht nen Unfall. Ich baue gleich mit Absicht nen Unfall. Also Leute, jetzt telefoniere ich gerade mit Reason. Ich habe ihn jetzt richtig... Ich habe ihn richtig Stress gemacht, dass er jetzt wirklich kommen muss, weil er hat ganze Zeit irgendwelche Scheiße gefakt oder so. Der Typ verdient hier ne Sekunde 5 Euro. Der Typ scheißt sich an, 5 Euro Sitzreservierung. Obwohl er am Tag 2.000 mit Maps verdient. Mit Twitch wollen wir gar nicht reden. Ich habe ihn jetzt zum Hund gemacht, dass er kommen soll. Weil ich habe ihm gesagt, wir sind alle pissed auf ihn. Er sagt einfach so, er kommt einfach nicht. Obwohl wir uns das ausgemacht haben. Ich habe ihm gesagt, Amar ist richtig pissed auf ihn. Und jetzt war er so richtig so, fuck. Und jetzt hat er sich richtig Stress immer in so einem Buch, dass ich um 400 Euro rumflog. Meine lieben Wave-Freunde, ich darf euch hier einen neuen Kandidaten beim Bootcamp begrüßen. Weißt, wer ihr auch schon so richtig sauber ist? Wie hast du das hier hergefunden? Hast du dich ein bisschen verirrt zwei Tage? Ja, Loki, ich habe Corona und jetzt noch weggegangen. Der Raum ist die ganze Zeit jetzt auch komplett grippi hier am Stream. Wir haben hier den Wave-Stream, Vadeal. Hier wird Humm-Z seine Station haben, Amar hier, boom, boom! Musik Musik Oh, my God, bro. Oh, hell! You're this English girl named Fiona. I've come down in New York. Oh! Wer ist der besoffenste, denkst du? Sieben. Wir haben von Anfang an gekauft. Was ist der Kerl? Duli hat heute noch gar nichts getrunken. Ich hab da gar nichts getrunken. Ich hab noch nichts getrunken. Ich bin kaum echt hinter. Ich hab irgendwie zu viel gesoffen. Stück vor Stück. Zu viel gesoffen. Tschüss, jetzt mal da kurz, bis ich die anderen hole, ja? Ja, hol mal jetzt die anderen. Emsi, schrei dich mal zu, dich gar nicht. Guten Morgen. Duli sind keine Aufzug, Digga, komm. Oh, schlief, Digga. Drück alle Stoffwerke gleich noch mal. Tiefgarage auch noch, du dummer Trottler, Digga. Einmal erst, einmal zweit, einmal tiefgarage, einmal guten Morgen. Guten Morgen. Digga. Geht rein. Digga. Trocken.